Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Heute Abend ist es soweit, der Zinsentscheid der FED wird bekannt gegeben, es gibt vierteljährliche Prognosen und Jerome Powell hält dann später noch eine Pressekonferenz ab. Schauen wir mal auf die Charts, den Risiko in Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFD ist erst mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir erstmal rüber zum Kalender. Heute um 19 Uhr ist es soweit, Zinsentscheid und dann 30 Minuten später die Pressekonferenz. Wir schauen mal auf das CME-Fatwatch-Tool. Zu fast 90% wird eine Anhebung von 25 Basispunkten erwartet. Wir fangen mit dem Nasdaq 100 an. Wir sind im Wochenchart. Gegenüber dem Vorwochentief hat sich der Index bereits um knapp 10% erholt. Und im 4-Stunden-Chart haben wir oberhalb der gleitenden Durchschnitte 21 und 50 EMA, höhere Hochs und höhere Tiefs. Deswegen ist zu erwarten, dass die Möglichkeit besteht, das Jahreshoch zu testen bei 12.947 Punkten. Dann gibt es das 78,6% Retracement und dann noch das Augusthoch. Kurzfristige Unterstützung gibt es bei 12.525 Punkten an diesem Tief und weiter unten bei 12.313 Punkten. Euro-Dollar konnte gestern das Hoch bei 107,59 nachhaltig per Schlusskurs durchbrechen. Heute ist das Paar wenig verändert. Die nächsten Ziele sind markiert. 108,04, 108,85 und dann das Jahreshoch bei 110,33. Das ist die bullische Struktur und kurzfristige Unterstützung im 4-Stunden-Chart gibt es bei 107,04 und dann auch noch weiter unten bei 106,31. Gold fällt gegenüber dem Jahreshoch um fast 4% zurück. 3,7, 3,8% sind das. Der Dollar, wie gerade gesehen, ist wieder etwas schwächer geworden. Andererseits sind es die Anleiherenditen, die eben wieder zulegen, weil die Anleihepreise fallen. Das sehen wir hier bei den 10-jährigen Papieren. Der Aufwärtstrend beim Gold ist allerdings noch intakt. Letztes Tief, letztes Hoch. Das ist unser Bezugsimpuls. Und aktuell hat der Goldpreis fast bis zum 38,2% Retracement korrigiert und scheint jetzt im Tageschart auf das Hoch vom 15. März zu reagieren. Dort wurde zumindest der Rückgang gestoppt. Warum ist sowas wichtig? So ein Test, das sieht man hier zum Beispiel auch, wichtiges Hoch, Ausbruch nach oben und dann kommt der Markt zurück, testet diesen Bereich und startet nochmals durch. Oder hier gibt es auch nochmal ein Beispiel, erst der Anstieg, dann der Rücksetzer, der Test und dann der Durchstart. Also hier könnte es sich entscheiden, neuer Angriff oder eben eine stärkere Korrektur. Lasst gerne einen Daumen da. Informationen gibt es dann in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.